ihr wunderschön brechigen herzlich willkommen bei lego city an der cover wir haben letztens jahr aufgehört und zwar soll jetzt ja eine bank ausgeraubt werden immer geschaut was passiert wie geht euch erstmal ordentlich vollstoff der eine honey der ist natürlich wo ist er weit weg der wollte der wetter mit mir machen hat er nicht gemacht weil er hat sich irgendwie verfahren da frage ich mich wie kann man sich denn verfahren wenn die bank genau hier ist das ist ja nur geradeaus wie kann man sich denn hier verfahren bitte aber okay ich hasse clowns ich habe dann gibt's doch junge Iiiihoh! Wow! Achso! Hadouken! Damit kommst du nicht durch. Diese Stadt gehört jetzt den Gaunern. Nicht mehr lange. Ja, das war aber eine kurze Verfolgung, sagt hier. Eins von drei. Chase, hast du was Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein? Entweder das, oder ich versauere einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Na ja. Na der Polizeidrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Okay. Das Auto ist leicht beschädigt, würde ich mal sagen. Kann man das irgendwie reparieren? Ich glaube nicht, ne? Egal. Haben wir halt mal einen Cadillac unter den Polizeiautos. Aus dem Weg. Ja, okay. Und dann? Also viele Punkte. Das war wirklich lecker. Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown Bankräuber? Pfff. Ja, natürlich. Der rechts bestimmt. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge. Ich habe gerade die Scan Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Okay. Zurück dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Aha. Wie nutze ich das denn? Ach so, das muss ich immer an einem Punkt sein. Ah, okay, okay. Ah. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Haha. Oh, so gefällt es mir. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. Oh, so weit ist es also gekommen, dass ich die Pflanzen eines Fremden bewässere. Haha. Oh, hast mich fast erwischt. Nicht nur fast, du Vogel. Na, 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 na. Haha. Kannst du nicht so hoch springen, hä? Du machst es mir echt nicht leicht, professionell zu bleiben. Hihihi. Wuhuuu. Was machst du denn da unten, hä? Hahaha. Kommst du hier nicht hoch? Welche Kiste? Ach so, bestimmt die hier, wa? Komm und hol mich doch. Na, 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 na. Boah, hier kann man nicht abknallen. Der geht aber noch im Sack hier. Was machst du denn da unten, hä? Wuhuuu. Mach's gut. So, jetzt geht's ab hier. Wo ist der Spasnik? Hey, Hans, knetter doch an der Bodenranke hoch. Oh, hoppla. Ich hab's schon reparieren. Keine Sorge, ich bin der Tim Taylor unter den Reparaturleuten. Was? Was? Ach so. Ach so. Bestimmt hier drauf. Ach so. Geht's da hoch? sorry da oben ok alles klar ja gut alles klar geht ja easy hierüber springen oder was ich laufe dir weiter hinterher du wiederholst ich bin ein unschuldiger klaren oder ich laufe dir weiter hinterher um schakalack wir können das auf die harte tour oder auf die weiche tour machen einer der anderen räuber auf einen frachter springen falls was schief läuft bei dem überfall und kriege ich diesmal eine hübsche zelle sicher das war wirklich die weiche tour wenn es immer so wäre war hast du den räuber geschnappt dein timing ist verblüffend und ja er ist in gewahrsam einer der anderen räuber ist wohl an den docks ich schaue mich an wenn du ihn hast ist ja andere fahrzeuge hier irgendwo die man reparieren könnte komisch egal weiter geht es zu den clowns ja da nach oben ok so der clown oder müsste glaube ich da sein war was ist das ein clown oder was ne oder klasse wie soll ich denn da reinkommen voll am abdänzen hier können sie mir einen gefallen tun ich muss das tor aufkriegen mache ich doch gern prima mir nach naja ich geb den wow verlange ja nicht zu viel von mir gehen sie da oben durch die tür und verraten sie den vorarbeiter nichts davon das ist gegen die sicherheitsvorschriften mal sexy einfach weg direkt aus meiner hand so komm mal verzeihung wie komme ich bitte auf den frachter ich pfeife einfach und larry macht dann mit dem kran den rest prima und das passiert sobald meine mittagspause vorbei ist ok also nie weil mir eine möwe mein sandwich gemobst hat oh ich gehe es für sie suchen sehr ernst an der größe die sandwich zu haben weil skogel drauf ist ist das nicht mein sandwich falls wurst und marmelade drauf sind ist es mein sandwich ja jammer hier rum du mädchen gib mir das sandwich du fliegende ratte oh ja da sind sie wirklich sieht ein wenig eklig aus mein ein 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 expert Lesen und mit den Füßen arbeiten. Wow! Bei dem läuft es aber richtig. Bleib hier du Mongo! Wo ist denn der Sputnik? Ja, du wiederholst dich mein Freund! Im Flug, Baby! Damn, Anna! Yeah, Baby, yeah! Pfeil beendet. Eingeholt von der Vergangenheit. Der läuft! Ja, dann würde ich sagen, war es mit der nächsten Folge. Ich bedanke dich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo oder Like da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn hier in euer Keule. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!